Die Studenten wählen ganz bewusst diese Hochschule fürs Studium aus und wir wählen aus den vielen, die sich bewerben, dann gut 100 aus, die jedes Jahr hier beginnen. Was sie übrigens alle miteinander verbindet, ist, dass sie für Jura unheimlich begabt sind, mindestens für Jura. Viele bringen noch ein anderes Talent mit. Viele sind sportlich, sind politisch engagiert, sind gute Musiker, vielfältig, einfach interessiert und schlau und wollen was von sich und der Welt und vom Leben und vom Studium. Und wenn die hier zusammenkommen, dann entsteht was und das ist einfach eine gute Mischung.